Jetzt können sie es machen. So, geht er gleich gut los hier. Frühstor, das wird interessant hier. Was macht er draus? Da ist die Chance. Noch ein Tor! Was für ein Lauf! Nicht ungefährlich, Steilpass. Da macht er ihn rein! Jetzt ist er durch! In den freien Raum. Sie machen das Tor. Immerhin sieht das Ergebnis jetzt etwas freundlicher aus. Der neue Spielstand lautet jetzt also. Das ist natürlich ein guter Pass. Viel Platz da in der Mitte. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Viktor Zygankov. Der Torwart war da nicht gefordert. Klasse Pass! Er kann es machen. Klasse reagiert. Den Schuss kann er parieren. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht! Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Beideein. Ich bin einer. Die dritte Musik. Der Torwart ist doch einfach nicht so gut. So, was das so gut gemacht? Der Torwartiert. Der Torwart ist ja die Schloss. Die Schloss. Der Torwart ist ja goet. подар tollen Sie? Das ist doch nicht so gut. Die Glössgrinder. Die Schloss. Hatte diese Sache mir so gut, 可以, die Schloss ist darüber frage. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.